Heute testen wir mal die Kevins China Böller B. Nicht viel zu sagen, hinten grün-weißes Backcover, bisschen älter noch, aber Verarbeitung lässt sich zu wünschen übrig. Vorne hinten Tonerde und sind auch sehr weich. Wir werden gleich mal zwei, drei Stück machen. Bisschen wieder an. Bisschen Schnipsel, aber ist nicht das Dolle. Der hat schön geschnipselt. Mach die alle an. Läuft noch? Ja, läuft noch. Der andere Blindgänger oder was? Anscheinend Blindgänger. Scheiß Böller. 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 Böller.